Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Die japanische, chinesische, ich bin mir nicht sicher, was das hier ist, Mandarin-Seite in Pokémon haben Trikephalo und Katapultra announced für diesen Freitag bis diesen Sonntag. Hier steht 6. Januar bis 9. Januar und für uns wieder 1 Uhr nachts bis 1 Uhr nachts. 4 bis 5 Sterne jeweils, Trikephalo in Karmesin und Katapultra in Purpur. Hier auf dem Bild kann man sehen, Katapultra Drache und Trikephalo hat Stahl als Typen, aber das kann jeden Typen haben. Da müsst ihr dann wieder schauen, welche Pokémon ihr so nehmt. Ihr kennt ja die meisten Counter von mir. Wenn nicht, schaut euch gerne mal das Video hier oben an für die 6 Sterne Raids. Ich denke, da könnt ihr dieselben Pokémon nehmen. Also wie immer Mautzinger, wenn ihr ein Stahl-Pokémon braucht oder Flatterhaar, falls ihr ein Fehl-Pokémon braucht und so weiter und so fort. Ich werde das Ganze am Freitag auf Twitch-Livestream. Ich habe ja Purpur und werde dann Katapultra ganz viel hosten. Wer den noch braucht oder den gerne mitmachen möchte, gerne auch vorbeischauen. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück auf dem Pflaster. Ich glaube aber, die Pflaster-Rate wird genauso gering sein wie bei Liberlo. Wir haben so viele Liberlo-Rails gemacht. Ich habe, glaube ich, 8 Pflaster oder so bekommen. Ich hatte echt gar kein Glück bei Liberlo. Aber vielleicht kriegt man ja hier auch wieder ein Pflaster zu 100% wie bei Liberlo. Schauen wir mal. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Wie gesagt, auf Twitch vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.